Und damit ein herzlich willkommen und ein fröhliches Weihnachten an alle, die jetzt gerade noch hier vorbeischauen und vielleicht einen Kommentar lassen. Auch für mich frohe Weihnachten, denn Weihnachten steht vor der Tür. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge schaut, die wird natürlich erst nachmittags da sein. Das heißt, ihr habt hoffentlich schon eure Geschenke ausgepackt und steht mit mir jetzt hier von diesem Baum, wo ich natürlich darauf gewartet habe, dass es jetzt ein bisschen dunkel wird und wir uns vielleicht so etwas das Beleuchtete ansehen können, damit es halt ein bisschen schön aussieht. Den machen wir ein bisschen die Fackeln weg. Soll ja ein bisschen hier auf das Weihnachtliche zugehen, so. Ich hätte natürlich auch noch Schnee hinlegen können, aber warum? Wir haben es auch so, das sieht auf jeden Fall super aus, doch. Er leuchtet auf jeden Fall, das möchte ich darauf anmerken. Das war ja eigentlich auch sozusagen der Sinn, dass es ein bisschen leuchtet, doch. Das können wir so lassen und ja, es hat auf jeden Fall was. So, ich habe angekündigt, also ich mache jetzt hier nicht so, oh, ich lese was aus dem Buch vor, was weihnachtliches, etc. Ich könnte natürlich wieder Lebensgeschichten erzählen, aber warum? Ich habe das als Technik-LP sozusagen angesetzt und klar, klar, ein bisschen so was weihnachtliches müssen wir auf jeden Fall reinbringen. Soll ja nicht bescheiden aussehen. So, warum ist denn hier dieses Kies drin? Wo ist das denn her? Ah, komisch. Das habe ich doch irgendwo da drin, Aluminium-Kies, ist das ja nicht gewesen. Da, Aluminium-Ernst, achso. Okidoki. Was sind noch für Maschinen drin? Die Walze, genau, die brauche ich auch später aufzubauen, das muss alles noch später aufgebaut werden. Gut, gut, gut. Das, genau, dann baue ich jetzt, oh, wo kriege ich denn jetzt ein bisschen Knochenmehl hin? Oder wie kriege ich das jetzt am schlauesten? Das zu käften ist natürlich blöd, das heißt, wir machen das mal eben, nehmen wir noch ein paar raus und schmeißen die erstmal, warte mal, ist das denn schlauer? Knochenmehl in ein Mäßwäter zu packen oder Knochenmehl zu pulverisieren. Und zwar pulverisieren, ne? Ja. Also ich glaube, zu pulverisieren ist haufenweise besser, wa? Dann müssen wir auf jeden Fall in der Hölle ein bisschen Knochenmehl geht ja nicht so weiter. Pulveriser. Schmeiß mal rein. Energieanbindung ist noch nicht, das heißt, er landet noch irgendwo, irgendwo im Negenwo. Jetpack aufladen, alles aufladen, denn dann würde ich sagen, ich hole mir jetzt obwohl es reicht eigentlich. Na ja, wir müssen auf jeden Fall sowieso in der Hölle, wir müssen ja noch genug rausholen. Ähm... Und hätten dann eigentlich unten was. Naja. Warst du mir erstmal so. Da ist der pulveriser, genau. Also das kann ein Scheiß dann jetzt darüber, klar. Ist natürlich auch verständlich, dass er das so gemacht hat. Silizium hatte ich noch gebrannt. Für hatte ich das denn? Ich glaube für ME-Dinger wieder. Für das ME-Gerödel. So, so, so. Und ich hatte ja noch zwei neue Bäume. Und zwar einmal hier Kirsche und moderne Leersche. Ich glaube, die habe ich doch... Ne, oder? Ne, ich hatte Silberleim, das weiß ich nicht. Aber das andere weiß ich jetzt gar nicht aus, wenn ich das jetzt hatte. So, gehen wir in die Lüfte. Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier ein bisschen davon haben. Den Rest werde ich dann halt, wie gesagt, abschlagen. Wenn sie halt so ein kleines Deck haben, später auf einer Farm, ist das natürlich halt anderes. Aber jetzt erstmal hier für uns allgemein brauchen wir erstmal ein paar davon. Mir geht es ja auch wiederum darauf, dass ich halt die Bäume in Reserve habe. Falls mir irgendwo irgendwo einer wegfällt oder ich keine mehr bekomme, dann müsste ich natürlich wieder neu züchten. Das ist natürlich in der Hinsicht blöd. Und das will ich natürlich nicht. Ich bin gerade mal überlegen. Kann man das Ding eigentlich verzaubern? Habe ich gerade nicht so überlegt, ob das funktioniert. Ne, geht gar nicht. Schade. Guck mal hier, so Stärke, Dornen, Schusssicher, Rückstoß, Flammen, Bannen. Ne. Auch nicht ganz. Dachte, hätte klappen können. Hätte, hätte, hätte. Hat es aber nicht. Muss man halt so weiter machen. Habe ja noch ein paar davon. Wie gesagt, Emeralds müssen wir dann auch irgendwie noch kriegen. Dafür hätte ich eigentlich auch noch Hexit machen können, denn mit den Dorfbewohnern zu tauschen, ermöglicht bei Hexit was ganz Einfaches. Denn diese Emerald-Charts, also ich sage jetzt mal, was das sonst mal lebt, erhalte ich da durch. Und die Emerald-Charts kann ich mir sozusagen Smarkte machen, wo ich dann halt damit tauschen kann. So. Genau, der geht jetzt schon mal runter, der Baum. Jetzt sehen wir noch die Kirsche hier. Und dut, 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 dut. Jo, da sieht es super aus. So, jetzt droppen natürlich keine Kirschen, denn die ist ja nicht fertig. Die droppen jetzt nur die Sitzlinge. Ich glaube, es kann passieren, dass es mir eine Kirsche droppt hier. Können wir einmal machen hier. Zack, Kirsche voll. Du droppst gleich auch eine Kirsche mit, oder? Ja. Das wird dann halt auch passieren, dass wir halt verschiedene Bäume auf einer Farm haben. Und der Farm sagen, oh, mach uns nur die Früchte weg, damit wir halt verschiedene Früchte haben verschiedene Möglichkeiten, Items daraus zu gewinnen. Sprich, Samenkörnel ist ja eigentlich dann die Hauptsache. Und, oh, danke. Und, ähm, natürlich dann halt buntes Flair haben, sozusagen, auf der Farm. Ob dann halt eine, zwei passiert, weiß ich noch nicht, wie viele Farben ich davon haben werde. Das wird sie dann herausstellen. So. Danke fürs Holz. So, das ist jetzt, ja genau, das wollte ich haben, das Kirschholz, genau. Da bin ich jetzt nämlich der ruhige Rost, das Kirschholz mir zu holen. Dann, uh, zurück. Damit wollte ich nämlich da hinten die Schleuderei sozusagen aufbauen, weil ich weiß gar nicht, wie sahen die anderen denn aus? Hibiskus. Dann muss ich jetzt hier mal überall einen lassen. Äh, so. Lerche. Kirsch. Kirsch, genau. Das wollte ich damit einsetzen. Das grüne, nein. Das war, glaube ich, blaues Holz, genau. Linde. Und Lerche hat so ein pinkes, genau. Das wollte ich jetzt nicht direkt darauf ansetzen, dass ich das benutze. Die Kirsch, die Kirsch, die kann ich eigentlich reinwerfen. Also. Oh, da hast du schon wieder ein paar angesetzt. Machen wir mal. Ich bin gerade mal am schauen. Ich habe ja immer eine Liste hier. Ähm, wo wir die Kirche mit noch kreuzen können. Wo ist sie denn bei mir da? Und zwar können wir die mit dem Silverleim kreuzen. Dann bekommen wir Common Walnut. Da muss ich auch noch drauf hinaus. Und dann nach auf Cheese Nut, genau. Die müssen wir da auf jeden Fall hinsetzen. Ähm. Da setzen wir mal. Da brauchen wir gar nicht so viele. Da setze ich ein paar hin und fertig. Zwölf nehme ich auf jeden Fall mit. Da setze ich da hinten zwei hin. Nochmal zwei neue Lemon Trees. Oder ein vielleicht. Weil mit Lemon Trees, was kann ich da noch machen? Dann bräuchte ich den Jungle Wood. Jungle Wood. Mhm. Äh, Silverleim da. Jungle Wood. Da kann ich den Teak noch rausbekommen. Und Modame Lerche. Bekomme ich mit dem... Mit der Fichte bekomme ich Pullbein. Da machen wir mal drei hin. Ja, oh. Also da müssen wir es jetzt auch nicht übertreiben mit den ganzen Bäumen hier hinten. Das soll ja dann... Wenn ich den mal wegklicken und Start drücken... Das soll ja eigentlich nur... was nebenbei noch sein. Also jetzt nicht so was Großes hier, was wir veranstalten können, sondern wirklich nur rigoros klein dabei sein. So. Ähm, ich sagte Pullbein brauche ich noch irgendwo... hier in der Nähe. Äh... Da ist Silverleim. Und Silverleim müssen wir jetzt hier mit kreuzen. Klok... Klok dahin und... Ja, hier ist jetzt keine Biene in der Nähe, aber... Ja. Hier hätten wir noch was. So, der mit dem. Der kann gut arbeiten. Und dann vielleicht noch Modame Lerche müssen wir bei der Tanne hinsetzen. Die wäre jetzt natürlich... Hey. Äh... Baum, ich glaube du musst verschwinden hier. Du siehst sowieso schon nicht mehr ganz gut aus. Ich gucke dich noch mal an. Ne. Das heißt du kommst weg hier. Vielleicht kommt noch ein Setzling aus. Aber ich glaube eher weniger. So, du musst einmal weichen. Denn da kommt jetzt die Modame Lerche hin. Flock. Ja, ein paar Bäume bekommen wir wie gesagt immer noch raus. Also das ist glaube ich hier nicht so rigorose Wahnsinn hier. Und die Bienen sind da sowieso weiter am arbeiten bis es halt nicht mehr geht. So. Dann komm mal her. Dann hast du den Partner. Der mit dem Partner. Das ist eigentlich ganz okay. Und den Rest versuche ich jetzt mal hier zu gucken was man noch so rauskriegt. Was haben wir denn da? Common Ash und noch ein paar Silver Limes. Okay. Das kann natürlich auch passieren dass halt solche Bäume rauskommen. Aber was sie genau an Holz haben weiß ich nicht. Da müssen wir vielleicht auch noch ein paar züchten. Das kann natürlich auch im Moment noch dauern. So. Schauen wir mal einfach hier mal vorbei. Also das werde ich jetzt ein bisschen offline noch betreiben hier mal das hier ein bisschen dran zu kloppen was halt für Bäume neu sind. Wenn ich wieder neu habe lasse ich es euch natürlich erfahren. dass sie halt nicht außen vor seid damit. Na immer nur Silver Lime Silver Lime Silver Lime Oh Dame Lärche. Na ich weiß nicht ob jetzt hier hinten noch was hinkommt. Dann weiß ich gar nicht ob jetzt hier hinten die Bienen dran kommen. Obwohl der ja da ist dieses hier. Dieses Waldiger. Wie klappt der denn mittlerweile? Oh das ist auch natürlich gut. Schauen wir gleich rein. Ich schaue mal eben noch bei den Bäumen hier so durch. Ist natürlich möglich dass jetzt vielleicht noch irgendwo was ist was ich vielleicht übersehen habe. Da. Und dann kommt auch das hier weg. So. Weil das war ja auch dem Texture Pack sehr nahe dass ich halt immer sehen kann wo diese Pinöppel sind. Denn wenn wir jetzt auf den Lime gucken sehen wir halt Tail Leaves und wenn wir so oft drauf gucken hier sehen wir es ab und zu auch mal. und da dauert es halt ein bisschen noch einen anderen Baum rausspucken sozusagen. Das ist ein Neujahr aber der Rest hier ey das ist alles alter Mist hier ich bekomme da nichts Schönes mehr raus. Silver Lime. Oh ich kriege doch einen Rappel hier. Ne. 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 Ne Kirsche wieder. Die sind die brauche ich gleich zum Anbauen hier. Tu ich mal hier rüber. Na ja aber ich glaube sonst ist hier nix. Er hat dieser hier der kann eigentlich auch weg. Komm mal weg. Was ich jetzt mal von ihm finde klopp ich ab aber sonst wird's Booth wird's Booth Eichensetzlinge ach wer braucht denn sowas. Oh was hast du denn da. Common Bash da lassen wir die erstmal noch ein bisschen hier laufen. Braucht man natürlich alles. Ich hatte hier vorne in den anderen Bäumen. Hier. Seht ihr da? Da ist schon mal ein bisschen wieder Neues dabei. Hier können wir sagen oh Kirsche haben wir hier unten tun wir ein paar rein. Jawohl das kann eigentlich hier oben rein. Die können alle später weg. Da werde ich vielleicht noch ein Programm beschreiben für Plant Balls aber ob ich das schaffe muss ich auch mal genau sehen. Oder ich muss halt was schauen dass das mit dem Ding da unten funktioniert. Mit dem sag mal schnell mit der Biomasse da unten. So so wie gesagt das wollte ich jetzt ein bisschen haben hier das Keir Scholz da bekommt man so wenig raus also das ist wirklich eine Farmerei jetzt hier nur noch wie man sieht vier manchmal nur drei kann auch fünf passieren also viel ist das nicht was da immer rauskommt da muss ich halt immer aufpassen das läuft da vorne auch noch fröhlich weiter das kann auch laufen so oh mal ein Fünfer boah enorm aber da werden wir auch noch eine größte Sorte züchten das heißt dass wir möglich auch haben mehr von den ja zu sagen von den Brettern zu bekommen so da kommen wieder paar Sitzlinge mehr entgegen aber das ist schon mal gut ja da können wir auf jeden Fall jetzt da hinten noch was machen und dann ist auch schon fast wieder die Folge um krass und dann kommt die zweite Weihnachtsfolge sozusagen am Weihnachtstag am ersten ich weiß gar nicht wie die Weihnachtszeuge aufgezählt werden bin ja nicht immer so im aktuellen sag ich mal so machen wir das mal so das Programm shared noch hab ich gehört äh bin ich jetzt richtig nein so ist richtig hier kommt ja wie gesagt die Schleudereien die Bahnschienen werde ich da hinten noch mal ändern die ihr seht das wird hier noch alles geändert aber da kommen wir gleich zu da will ich jetzt nur eben noch hier ein bisschen Holz reinschmeißen bevor wir die Zeit komplett verplempern so komm schon und danach müssen wir uns auch die letzte Zeit dann ein bisschen was auf mein einstellen oder auf Material Rohstoffbesorgung das hat ja fast gut gereicht hier so ja das oh das hat doch perfekt gereicht hier sag ich mal doch das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen noch ein bisschen Wand reinziehen paar andere Steine paar andere Holzsorten oder sowas mal schauen was da noch rauskommt habt ihr das gesehen da ist ein Schmetterling ich sehe ihn auf der Karte nein bleib hier Schmetterlingsjagd hier na bleibst du da jawohl wir haben noch ein Schmetterling also ihr habt gesehen Schmetterlingen existieren und ich kann sie sogar einfangen nice da müssen wir auch noch so ein Glas Ding hinbauen aber wie ich sehe ist gerade die Folge um und dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Folge sehen tschüss dann Vielen Dank.